Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Fibres 3 Volusche mit dieser Anleitung richtig benutzen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, müssen wir natürlich noch etwas vorbereiten und der Duftstecker sollte sich jetzt auf gar keinen Fall schon in der Steckdose befinden. Wenn das also passt, können wir mal hier oben unsere drei Deckel dementsprechend auch abnehmen. Wichtig hierbei ist, dass die Flakons auf jeden Fall senkrecht stehen müssen, bedeutet wir dürfen das Ganze nicht irgendwie kippen oder sogar verkehrt herumhalten, da sie natürlich dann dementsprechend auslaufen würden. Und diese drei Teile sollten natürlich auch noch in der Halterung hier auf jeden Fall drinnen bleiben. Im nächsten Schritt nehme ich mir meinen Duftstecker einmal zur Hand und jetzt kann ich nämlich die drei Behälter von unten ganz einfach nach oben hier einsetzen, bis es klickt und somit auch ordentlich eingerastet ist. Als nächstes begeben wir uns mal auf die Suche nach einer geeigneten Steckdose. In meinem Fall ist die relativ weit unten und einzeln. Das hat einfach den Vorteil, dass darüber mindestens auch 50 Zentimeter Platz ist für eine optimale Duftverteilung. Außerdem stört hier kein Lichtschalter, da ich meinen Duftstecker ja nicht um 90 Grad oder 180 Grad drehen darf, da sonst meine Behälter hier unten auslaufen könnten. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, wenn du natürlich eine Steckdose hast, die jetzt um 90 Grad gedreht ist, dann können wir hinten den Stecker auch ganz einfach dementsprechend anpassen. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich das Ganze jetzt hier einfach einmal in meine Steckdose dementsprechend hineingebe. In meinem Fall können wir jetzt erkennen, dass auf der linken Seite dieser Flakon anfängt rot zu leuchten. Das bedeutet einfach, dass dieser gerade in Benutzung ist. Also es werden nicht alle drei gleichzeitig verbraucht und der Duft wechselt übrigens auch alle 45 Minuten. Bedeutet, wenn ich in einer Stunde wieder zu meinem Duftstecker schaue, dann wird vermutlich einer dieser zwei Flakons aufleuchten. Noch als kleiner Hinweis, auf der linken Seite haben wir noch einen Regler, mit dem wir die Intensitätsstufen von maximal auf mittel und auf minimal verstellen können. Ich empfehle, dass man das Ganze immer erst einmal auf minimal ausprobiert. Im Normalfall erreicht das nämlich auf jeden Fall aus. Und laut Hersteller kann man das Ganze jetzt nämlich auf dem Modus minimal, wenn man ihn 12 Stunden am Tag verwendet, für circa 90 Tage verwenden. Und somit haben wir unseren Fibreze 3 Volusion jetzt auch schon fachgerecht eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens den Fibreze 3 Volusion Duftstecker oder auch die unterschiedlichsten Nachfüllflakons mit verschiedenen Düften günstig zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt auf Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.